Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 12. Juni 2021. Der 8. eines jeden Monats wurde offiziell zum Tag der Sanduhren erklärt. Die Sanduhren-Gesellschaft gab in einer Erklärung bekannt. Wir hoffen, dass dadurch die Sanduhr wieder mehr Beachtung finden wird. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Nein, ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ich habe nichts verbrochen. Werden hier auch mal ernsthafte Themen behandelt? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Lina Zlohl. Der 12. Juni war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.